So, kommen wir zu dem Thema, was benötigen wir überhaupt für einen Pool? Ihr wollt euch einen Pool anschaffen oder einen bauen lassen oder selber bauen? Was brauchen wir denn alles? Zunächst brauchen wir natürlich einen Filter. Ich sage jetzt mal in dem Fall mit Sand oder Fieberglas, wie auch immer. Oder auch ein Kartuschenfilter, je nach Vorliebe. Ich würde immer einen Sandfilter empfehlen. Ob ihr da jetzt Glas oder Quarzsand reinpackt, ist euch überlassen. Was braucht ihr noch? Ihr braucht pH-Senker. Kauft euch auch pH-Heber am Anfang, falls ihr a nicht wisst, ob euer Wasser hart oder weich ist und b, falls ihr mal den pH-Wert zu sehr gesenkt haben solltet, könnt ihr mit dem pH-Heber den pH-Wert halt wieder logischerweise anheben. Also für den Anfang ist es nicht verkehrt, beides da zu haben. Später weiß man grob, was man braucht. pH-Senker braucht man in der Regel immer. Deswegen steht auch nur der pH-Senker hier. Chlortabs, das sind Chlortabletten, das sind langsam lösliche Tabletten, also mit Langzeitwirkung sagt man auch, und Chlorgranulat für die Stoß- oder Schnellchlorung. Das Granulat wird im Eimer, wie gesagt, angemischt, im Pool zugegeben und wirkt sofort. Also es ist ein schnell lösliches und schnell wirkendes Chlor. Gerade am Anfang habe ich ja eben erwähnt, ihr habt das Wasser neu reingelassen, ihr habt den pH-Wert eingestellt, ihr lasst im Pool zwei bis drei Umwälzungen laufen, nachdem ihr den pH-Senker oder pH-Heber dazu gegeben habt, um den pH-Wert einzustellen, wenn ihr das Ganze schön verteilt habt, und dann packt ihr das Chlorgranulat für die Schockchlorung hinzu. Was benötigt man noch? Einen Skimmer oder einen Dosierschwimmer für die Chlortabletten. Also ihr könnt die Chlortabletten entweder direkt in den Skimmer reinpacken oder ihr habt so einen Dosierschwimmer, wo ihr die reinlegen könnt, weil auch die Tabletten sollten nicht auf die Folie kommen. Also allgemein Chlor und Folie verträgt sich nicht. Es gibt helle Flecken, löst langsam die Folie auf. Also niemals das Chlor direkt in den Pool reinkippt oder sonst was. Was braucht ihr noch? Ihr braucht noch Natriumhydrogencarbonat für die Alkalinität. Jetzt wird sich manch einer fragen, Natriumhydrogencarbonat, was das denn? Kennt ihr alle? Das ist im Endeffekt nämlich Kaisernatron. Nur bitte lauft es nicht los und kauft die kleinen Päckchen Kaisernatron. Da gibt es größere Gebinde, die auch günstiger sind. Dazu kommen aber auch später. Ist wichtig für die Alkalinität anzuheben, falls die zu sehr abrutschen sollte. Und die wird mit der Zeit abrutschen, aber auch dazu später mehr. Ihr braucht einen Kescher und einen Bodensauger. Der Kescher, das ist quasi das Netz, womit ihr von der Oberfläche den Schmutz rausholen könnt. Und den Bodensauger, um den Poolboden und die Seitenflächen abzusaugen und zu reinigen. Dreck wird sich immer am Boden ansammeln mit der Zeit. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Dafür den Poolsauger, um diesen aus dem Pool hinaus zu bekommen und leicht aufzuwirbeln, damit er durch den Filter gelangen kann. Oder im Filter hängen bleiben kann, besser gesagt. Dann gibt es noch Schläuche in zweierlei Stärken. Einmal in 32 und einmal in 38 mm. Welche ihr da bevorzugt, ist euch überlassen. Ich sage mal, bei kleineren Pools, so wie wir den haben, mit knapp 2,5 Kubik, reichen die 32 mm Schläuche vollkommen aus. Habt ihr natürlich einen großen Pool, der 10 Kubik und mehr hat, sage ich jetzt mal, sind die 38 mm Schläuche meistens die bessere Wahl, um eine höhere Umweltsleistung zu gewährleisten. Dazu achtet einfach darauf, welche Anschlüsse eure Filteranlage hat. Normalerweise haben die immer einen Anschluss für 32 und 38 mm. Manchmal gibt es aber auch welche mit so einem Überwurfgewinde. Die sind dann nur für 38 mm Schläuche ausgelegt. Also da achtet am besten nochmal auf eure Pumpe, bevor ihr den Schlauch bestellt, sprich die Schlauchlängen. Ganz wichtig, was ich eben schon mal erwähnt habe, breite Schellen. Ich habe hier extra hingeschrieben, 12 mm Breite. Die meisten Schellen sind nämlich nur 8 bis 10 mm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und am besten so viel, dass ihr pro Anschluss immer zwei Schellen setzt. Also wirklich pro Anschlussstück zwei Schellen hintereinander plus Teflonband, je nachdem. Und das Ganze ist dicht. Und da wären wir auch schon beim Teflonband, was ich gerade erwähnt habe, ganz wichtig am Anfang, um alles dicht zu bekommen. Sonst ist man echt verzweifelt. Und was braucht ihr natürlich noch? Ihr braucht entweder eine Schüttelquette, sonst was. Oder wie in unserem Fall den Pool-Lab, um die Wasserwerte zu bestimmen. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch irgendetwas kauft, um die Wasserwerte zu bestimmen. Was ihr euch kauft, ist euch überlassen. Und auch eine Frage des Geldes, muss ich dazu sagen. Wir haben den Pool-Lab ja im letzten Video getestet und sind sehr angetan von dem Gerät. Der Pool-Lab ist in den Messungen sehr genau. Wer natürlich sagt, okay, so viel will ich nicht ausgeben. Mir reichen für 10, 15 Euro auch die Schüttelquetten, um ich sage jetzt mal Chlor- und pH-Wert ablesen zu können. Der kann sich auch die Schüttelquetten kaufen. Aber an der Stelle sei gesagt, das große Aber, ihr könnt mit den Schüttelquetten meistens keine Alkalinität und keinen Cyanosäurewert bestimmen. Die sind leider beide aber recht wichtig. Dazu kommen wir aber später noch. Und optional, einen Tipp, falls ihr gerade am Bestellen seid oder am Überlegen seid, was ihr noch alles so braucht. Kauft euch oder bestellt euch direkt eine günstige Digitalwaage mit und einen Kunststoffeimer. Der besagte Kunststoffeimer ist dazu da, um das Chlor vorher im Wasser zu lösen, bevor ihr es in eurem Pool reinkippt. Ich persönlich löse alles vorher in dem Eimer. Also egal ob Chlor, egal ob pH-Senker, egal ob das Natriumhydrogencarbonat, was auch immer. Ich löse alles in dem Eimer. Ganz wichtig an der Stelle wieder zu beachten ist, dass ihr den Eimer beschriftet. Und jedes Mal, nachdem ihr die Sachen angemischt und den Pool hinzugegeben habt, den Eimer im Pool mit dem Poolwasser gut ausspülen. Es sollten keine Rückstände von irgendwelchen Chemikalien in dem Eimer vorhanden sein, weil das Chlor sonst beim nächsten Mal mit diesen Rückständen der Chemikalien reagieren könnte. Also ganz wichtig, wenn er in dem Eimer mehr als Chlor anmischt, so wie ich, immer gut ausspülen. Ja und ein Thermometer ist natürlich auch nicht verkehrt. Ist jetzt kein Must-Have, also muss man nicht haben. Aber ist halt ganz interessant, um überhaupt zu sehen, wie warm ist überhaupt mein Pool, wie warm wird so mein Pool. Untertitelung des ZDF, 2020